Und so könnten wir eigentlich verkaufen, willkommen bei ehemann. Hallo. Hi, da sind wir wieder. Boah. Ich würd' bloß sagen, wir wär'n bisschen hektisch, ne? Ne, das Hinsetzen allgemein tut weh. Und der Soh kommt bei uns eh nicht zum Einsatz, selbst nicht bei der B-Mannschaft. Ja, wir müssen uns allgemein mal hinsetzen und außer dir. So, willkommen. Ja, wir haben echt viel zu viele Assad-Spieler. Willkommen im Rückspiel. Bleibt auf dem Atletico. Auch nicht schon wieder so ne Scheiße. Ich war das nicht, das war auch Hummel. Ja. Ich mein, wir könnten dieses Spiel jetzt easy verlieren mit dem 2 zu 1. Wieso verlieren, ne? Ich rede gerade noch davon, wir könnten uns locker verlieren. Warum denn verlieren 2 zu 1? Wir brauchen allgemein, wir können verlieren natürlich keinen. Ja. Gibt's eigentlich vom ersten Turnier, wo wir rausgeflogen sind? Oder keins, ne? Außer diese Anfangsturniere. Ja. Am Anfang, beim allerersten, in allerersten Saison, da sind wir rausgeflogen. Aber nur weil wir doof, weil wir getrollt haben. Ja, jetzt hier zweite Saison. Zweite Saison nicht, ne? Haben wir das Turnier gewonnen? Das ist doch noch nicht vorbei. Ne, das ist Sommer trainiert, bevor Bundesliga und sowas anfängt. Ja. Ja. Das hat neu gewonnen. Ja, wann? Klar, das gibst du denn. Das finde ich etwas, wenn ich sowas verliere. Oh, jetzt bist du schnell genug. Ne, einfach wieder zu klein. Beides. Oh, ein Pfund. Hä? Wird das jetzt einfach? Ne, ich bin nicht gut. Oh, ich bin nicht gut. Oh, ich bin nicht gut. Oh, ich bin nicht gut. Das Torjubel, doch die Flasche von dem Umgehauen. Schöne Details wie Kiel ins. Jetzt holen wir eine Flasche dann weg. Das ist doch klar, dass das so passiert. Aber hör mal, im Gesamtstand 8-1, ihr könnt gleich gleich jetzt schon aufgeben. Wir werden jetzt noch in die nächste Runde kommen. Natürlich schaffen wir es nicht. Ja, das ist klar. Wir müssen nur in Tore schießen. Aber das haben wir jetzt auch gleich. Dafür bräuchten sie 7 Tore. Und wir dürfen kein weiteres schießen. Das ist ja schon die Unlogik in Perot. Und? Stolperfalle. Ja. Aber Ecke bekommen. Ja. 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 ja so ein Sackgegen. Wir könnten eigentlich schon Platz gehen, wollen wir nur alleine da stehen lassen. Ich hab das schon. Platz 10 1 will ich jetzt auch noch raus haben. Der war gefehlt. Irgendwie sollte der schießen. Egal, machst du das 10 1 halt. Na komm, pack's mal. Noch hast du die Chance auf eine Möglichkeit. Nein, andersaus. Die versuchte Möglichkeit aus weg. Mal sehen, wie hoch ich jetzt. Das Volk. Die kämpfen nicht mal mehr wirklich. Aber was heißt nicht mal mehr wirklich, aber... Ich versuch' nun schon den Stand irgendwo unten zu halten. Schau, der ne, wie kann der? Aber, äh... Wirklich... Kampfgeist haben sie jedenfalls nicht mehr. Komm mal, wir schießen schon auf die unerlichsten Position. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Mann. Ein Mann. Aber ein Verteidiger mit dem Fernschluss. Über alle drüber. Guck mal, der letzte Verteidiger. Guck mal, von wo aus? So, 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 so. So, 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 so Wenn er rot ist, an ihm vorbeiläuft, dann muss der Karton immer noch kämpfen, auch wenn er flott ist, aber das Problem ist, dass wir auch den Spanier holen, auf 2, ich weiß nicht, sondern es ist 1. Eine Fälle? Nein, er hat noch zu geschossen. Ich hab oft 2 verstufen, 2 bis 11. Du, ein Herz, ich muss lieber fahren. Kein Parmeln. Eine Fälle, Und dann geht's mit dem Ball los. Ich weiß jetzt... Ich muss noch sagen, jetzt er geht ja noch. Das war aber ja, den kreatieren wir vor, ne? Aber ja, den wollen wir noch. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Olo und Luis. Ries mal. Ich weiß gar nicht, wie wir sich nochmal anstehen. Habe ich nicht mehr gehört. Da hat er es doch irgendwie... Wir haben ja da Torel, oder? Torel. Für die Februar nügendwo. Ja, war er kaputt? Ja. Ja, gut, 16 ist dann Torel oder so. Ich weiß nicht, aber wir haben viel verdiente Vorjahre noch. Es geht nicht. Du hast mich nicht im Moment. Ja, das war so. Das ist der Wiener. Das war so. Ja. Ach ja, dann würde ich mal behaupten, Finale. Ja, das wäre doch schon voll, so klar. Ich habe mir eh nichts zu verlieren. Nein, stand natürlich, wenn es nicht noch höher auf geht. Da kann Bayern nicht mal von träumen. Pass auf, jetzt kriegst du noch den Foul dafür. Jetzt kommt der Freistoß noch gegen dich. Oh, den machst du aber rein. Mach den mit dem, der ist auch cool. Ich hätte den glatt über die Mauern gepfiffen. Okay, das ist zu knapp. So, damit verabschieden wir uns für diesen Part. Warte, noch ernst. Oh ja, wir kommen ins Finale. Ja, wir kommen ins Finale. Ja gut, wir gucken uns das jetzt mal an. Ach ja, die EM-Fally ist ja auch noch. Euroleague, da sind wir nicht bei. Champions Cup, da sind wir auch. Und als nächstes müssen wir dann gegen... Was sagen wir dann? Gegen Manchester City. Da sind wir. Gegen Manchester City. Und dann gegen Bayern, denke ich mal. Und dann nach Finale. Ja, dann bedanken wir uns. Eigentlich wollte ich auch das Training angesetzt haben. Bis zu die nächste Part.